Beim nächsten Tag kommen wir zu den schon etwas schäferen Jungs. In der Dienstleistung ist 85 Kilometer wiederum noch einsteigend, 3x3 Minuten. Begrüßet sich in der Hochdecke Christian Jesau von 2.9 Tagen. Und in der Hochdecke beginnt der Kettchen Jesper von 2.9 Tagen. Begrüßet sich in der Hochdecke. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Und... 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 Und...